Hey guys, I'll continue in English in a few seconds, but first I have to talk to my German community. Moin ihr Lieben, diesen Freitag um 21 Uhr bin ich live zu Gast auf dem Kanal von Mad Audio. Wir haben uns auf der High End dieses Jahr kennengelernt in München und haben uns gedacht, dass wir nochmal gemeinsam live gehen können, wie gesagt, auf seinem Kanal. Und dort werden wir über unsere Eindrücke der diesjährigen High End sprechen. Ich hoffe, ihr seid dabei und chattet fleißig mit, diesen Freitag um 21 Uhr auf dem Kanal von Mad Audio. Den Link zu dem Livestream findet ihr unten in der Videobeschreibung. So now, my English community. This Friday at 9 p.m. I'm going to be live on the channel of Mad Audio. We met at the High End in Munich this year and we thought about making a Livestream together. Talking about the High End, talking about our experiences there. I hope you join us and chat with us. Maybe you can tell us about your experience at the High End and whatever is on your mind about HiFe and stuff. So, see you at the live on the channel of Mad Audio. The link to the Livestream is down at the video description. See you. Bye-bye. 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 Bye-bye.